1, 2, oh Gott. Alter, dass ich es gerade geschafft habe, ne? Holy shit. Der Skill im letzten Bad etwas aufgebessert wurde oder meine Steigerung zumindest gemerkt hat. Bin ich nun ziemlich zuversichtlich, was diese Welt betrifft. Und damit auch willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Und dieses Fass will ich gar nicht erst berühren, obwohl... Oh Gott! Und... Okay. Ähm... Ich will ja nichts sagen, aber... Ich glaube, ich hätte das Ding aktivieren sollen. Ich glaube, ich weiß auch, ob das hinausläuft. Ja. Wir müssen jetzt quasi immer wieder das Ding am Leben erhalten. Also, die Mechanik an sich ist echt nice. Also, die Idee ist gut. Die ist halt echt verdammt gut. Die gefällt mir. Die gefällt mir richtig. Also, die Level-Ideen... Die hat Red definitiv drauf. Und was? Ähm... Ja, gut. Habe ich gesagt, das Skill ist deutlich gestiegen und ich bin zuversichtlich? Zuversichtlich, ja, ist das Skill gestiegen. Wie das hier aussieht... Eher weniger? Obwohl... Ja, sagen wir es so. Es ist eigentlich gerade nur Dummheit pur von mir. Aber... Ja, ich sollte lieber meine Fresse nicht so weit aufreißen. Weil sonst kriege ich nur wieder aus. Gottverdammte Maul, oh Mann, Alter. Und... Es war da. Oh Gott. Das ist fast. Oh nein! Oh, warte. No! Shit. Okay, Leute. Ich schneide euch den Weg bis dorthin. Bis gleich. Okay. Ähm... Ich weiß, ich habe es leider nicht kommentiert. Aber ich muss mich gerade noch ganz kurz konzentrieren. Sorry, Leute, dafür. Aber... Wenigstens haben wir jetzt den Checkpoint erreicht. Und... Oh Gott! Da sind Autoreifen. Oh ja, ich glaube... Ich sehe schon. Ich sehe schon, worauf das hier hinausläuft. Und... Oh! Das ist noch alles kein Zinger in wirklich. Ich glaube es nicht. Okay. Das sind jetzt genau Zwischenzinger. Ich glaube, die wollen uns auf etwas vorbereiten. Und... Oh Gott! DK! Bitte verkack das jetzt nicht. Äh! Nein! Obwohl... 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 Oh fuck! Was? Das zählt als Niederlage. Okay. Ähm... Gut zu wissen, dass wenn man das Ding verliert, quasi, dass es dann als Niederlage gewertet wird. Ist wirklich sehr interessant und gut zu wissen, weil ich davon nicht wusste. Aber okay. Ist gut. Ich akzeptiere... Mein... Schicksal? Scheiße! Oh man! Und falls man es eventuell raushören sollte... Ja, ich bin etwas erkältet. Ich habe es halt Halsschmerzen nur. Aber ich hoffe, das wird jetzt... Oh Gott. Oh! Gar noch geregelt, ey. Weil ich habe... Ich habe jetzt schon gesehen, dass ich... Ähm... Sag es mir doch. Ähm... Das ist hier jetzt wieder verkacke. Aber... Nein. Nein, zum Glück nicht. Aber auf jeden Fall... Ja, ich habe Halsschmerzen. Ich probiere es so niedrig wie möglich zu halten, damit ich weiter EP'en kann, weil... So weit möchte ich dann schon das doch machen können. Dass mich meine Krankheit quasi nicht ausbremst, weil... Das will ich auf keinen Fall. Das ist wirklich etwas, was ich überhaupt nicht will. Aber... Man kann ja noch aufs Beste hoffen. Und... Alter, jetzt wird es echt ein bisschen eng hier. Oh mein Gott. Äh! Huh! Uh! Und was? Huh! Ja, moin. Okay. Ich schneide euch den Weg bis dorthin. Bis gleich. Uh! Gut. Okay. Next try. Spring. Ducken. Springen. Und... Oh mein Gott. Geschafft. Aber ich bräuchte ein Fass. Obwohl... Was? Was zur... Lol. Jetzt habe ich jetzt einfach zum Ziel geschossen. What the fuck? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Irgendein Bonus oder so? Irgendwas? Anscheinend nicht. Oder? Obwohl, da ist kein Ausrufezeichen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, ich hätte das, was ich nehmen dürfen. Fuck. Aber egal. Machen wir weiter mit deiner Grotten. Puh. Also das erste Level, das war jetzt ziemlich, ziemlich sehr anstrengend, da jetzt nicht zu sterben. Also... Ich habe mich angestrengt. Na, das will ich hier mal festhalten. Das war definitiv nicht einfach. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Aber ich habe es trotzdem geschafft. was? Was? Oh, 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 oh. was? Oh, man. Oh, man. Hier sind mir eindeutig gerade zu viele Spike-Dinger, die Rambi schaden könnten, aber wir kommen irgendwie gerade durch. Und Checkpoint! Nice! Aber wozu bräuchte es 10 T-Fast? Ich schaue mich mal hier um. Der Gegner ist hier im Weg, dann haben wir hier einen Decay-Fast. Ich glaube, das 10 T-Fast ist dazu da, dass wir diese Spikes wegmachen können. Aber ich gehe jetzt hier durch, mach dich weg und hier ist nichts, aber hier ist ein Bonus. Ich dachte mir nämlich gerade schon so irgendwie, das kommt ein bisschen komisch, wenn hier mehrere Fässer sind. So ein 10 T-Fast, normales Fass, 10 T-Fast und nirgendwo ist eine Wand. Da muss hier doch irgendwo ein Bonus versteckt sein, oder? Aber ich lag sogar richtig, was ich richtig cool fand. Yeah! Und Alter, wie... Boah! Okay. Dass ich den Bonus jetzt gerade so schaffe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil der war ja perfekt gelöst. Huh! Also, da will ich jetzt mal ein Lob haben. Also, das war ohne Scheiß und... Ja, okay, das war's mit Rambi. Das war's mit... Rambi? Ich hab grad erst gedacht, ich hab noch gelaufen gehört, deswegen hab ich grad nichts gesagt. Aber mal ganz kurz, ganz ruhig. Und fuck. Der kommt zurück! Hilfe! Der hat uns jetzt fast erwischt. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bleh. Okay. Ich schneid euch den Weg bis dorthin. Und wir sehen uns, wenn ich dort bin. Bis gleich. Eins. Zwei. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Alter, dass ich's grad geschafft hab, ne? Holy shit. Also, wenn das gerade nicht knapp war mit Didi, weiß ich auch nicht. Alter. Das war nicht schlecht. Aber in Ordnung. Und jetzt hier ducken wollte ich eigentlich, aber... Ja gut, ne? Es hat jetzt nicht so gut ausgeschaut, dass man sich hier ducken könnte. Aber wir haben... Alter, jetzt haben sie mich fast nochmal dran gekriegt, na? Jetzt vorm Ziel hätten sie mich fast nochmal dran bekommen. Und was ist hier? Und oh Gott. Nein, ich kann nicht zurück. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab so Schiss. Und das ist G? Oh mein Gott. Einfach durchlaufen, Didi. Einfach durchlaufen. Und hier ist 10 Tefas. Äh. Einfach mal runterknallen. Aber ich will DK. Ich will DK haben. Okay. Der wäre bestimmt jetzt gerade ein Bonus gewesen. Darauf verwette ich meinen Hintern. Aber... Der ist mir gerade... Ja, mehr oder weniger egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Puh. Aber wir haben safe deinen Bonus-Vorpass am Ende. Safe. Aber egal. Machen wir weiter mit der Nebelmine. Aber das ist ja allgemein in den Minen werden, ne? Und oh Gott. Schlange. Schön ausweichen, der. Ähm, nochmal. Weil ich hab das Gefühl, ich brauch das 10 Tefas... 10 Tefas irgendwo. Ah. God. Der... Ey, das ist doch noch eins. Interesting. Okay. Ähm. Dann... Keine Ahnung. Äh. Ich weiß jetzt nicht, wofür ich das 10 Tefas gebraucht hab. Aber ich denk mal, es wird irgendwo ne Wichtigkeit schon gehabt haben. Ich nehm das jetzt aber mal mit. Weil, es sind so viele 10 Tefässer. Das ist ja echt krass. So viele hier rumlungern. Heftig. Obwohl, hier hätten wir jetzt schon mal ein erstes Beispiel, dass dort was versteckt gewesen wäre. Okay. Ich glaube, wir haben uns hier schön ans Seil. Und... Oh Gott. Ähm. Gut. Ich wollte eigentlich noch die Bananenstorte haben. Aber ich komm auch ohne aus. Iiii. Iiii. Ich verkraft das. Ich verkraft das dem mit Tief. Und... Oh Gott. Alter, ich... Ich reagier ja echt größt als gerade nur noch mit Reflexen. Weil das Level grad so komfus aufgebaut ist. Und yo. Dieser Doppeljump war geil. Also, dieser Doppeljump muss ich... Da muss ich Props an mich selbst geben. Der war nicht schlecht. Also... Ja, bis... Ich merk ja... Ich... Vielleicht werde ich jetzt ein bisschen eingebildet auf das Skill so... Durch noch Savills. Aber... Der... Der war nicht schlecht. Es müssen... Ach komm, Leute. Das müsst ihr auch selber zugeben. Okay. Das war wiederum... Er hat es gerade sehr dumm. Sehr, sehr dumm. Um genau zu sein. Aber ihr habt ja Tiere, das Schicksal. Und... Oh Gott. Kleine Krokodilchen-Fässer. Oh Gott. Ekelhaft. Und höpst. Und höpst. Und tschüss. Als solche Fässer brauche ich persönlich nicht. Und da wäre bestimmt gerade ein Bonus gewesen. Den nochmal ausweichen. Den nochmal kommen lassen. Oh Gott. Da kommt ja noch eins. Oh Gott. Wir haben die K. Holy shit. Also... Wenn das gerade nicht... Kommen jetzt alle Gegner oder was? Und... Was? Loll. Die lassen mich hier nicht mehr ausreden, weil ich wollte gerade noch was sagen. Bis ich zu starben bin. Aber okay, Leute. Ich schneide euch den Weg bis dort hin, weil... Das ist jetzt nicht so interessant. Also wir sehen uns, wenn ich wieder bei diesen... Ähm... Diesen komischen Tierchen bin. Ich weiß gerade deren Namen nicht mehr. Aber auf jeden Fall egal. Bis gleich. Irgendein Schalentier ist es. Okay. Ich bin jetzt wieder hier. Und... Oh Gott. Okay. Jetzt haben wir Didi verloren. Leider. Und... Oh Gott. Da kommt ja noch eins. Boah. In Ordnung. Wir haben es gerade irgendwie geschafft zu überstehen. Fragt mich nicht wie, Leute. Fragt mich wirklich nicht wie. Ich glaube, es ist auch ganz langsam. Aber wir haben es geschafft. Jesus Christ. Und wir könnten zu Funky? Hm. Wäre eine Idee. Aber Leute. Ich würde an der Stelle sagen, ich beende erstmal den Part. Ich denke, mein nächster Part wird Frankie ungefähr die Boni in den Öschen reingepostet haben. Damit wir sie dann im nächsten Part nachholen können. Part 11. Ja, 11 ist eine gute Zahl um Part, um ein paar Boni nachzuholen. Auf jeden Fall. Wir lassen es einen reinkommen. Da wird der Part gefallen. Selbst wenn es nur drei Level waren, der Part war bestimmt auch nicht so lang. Aber ich hoffe, er war kurz und knackig und trotzdem leicht unterhaltsam. Selbst wenn meine Stimme leicht am Arsch ist. Aber naja. Also, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Don't Go Country oder einem anderen Projekt. Und dann würde ich sagen, bis dann. Und ciao. Ciao. Artikel 6. Untertitelung des ZDF, 2020